Harz und herzlich in der Sozialdoku auf RTLZWEI wird Janine in ihrem Alltag von Kamerateams begleitet. Auf ihrem Instagram-Account ist die Zwillingsmama kaum wiederzukennen. Die TV-Sendung, Harz und herzlich, Tag für Tag, Bens Baracken, Sternchen zeigt das Leben und die täglichen Herausforderungen von Harz-IV-Empfängerin Janine. Die junge Mutter hat vor zwei Jahren die Zwillinge Jayling und Jayden zur Welt gebracht. Seitdem ist sie als Mama im Dauereinsatz und ihre Wonneproppen halten sie ordentlich auf Trab. Da der Zwillingsvater Sternchen Janine bereits zu Beginn ihrer Schwangerschaft verlassen hat, zieht sie ihre Kinder alleine groß. Kein Wunder also, dass die Alleinerziehende angesichts des Spielzeugchaos in ihrer Wohnung unter Augenringe, n, bis zum Umfallen, leidet, wie sie selbst zugibt, berichtet Mannheim24 Sternchen. Umso überraschender, der, Harz und herzlich, Fanliebling ist auf Instagram kaum wiederzukennen. Auf ihrem Social-Media-Profil zeigt sich die junge Mutter in ungewohntem Licht. Denn neben zahlreichen Bildern ihrer Zwillinge Jayling und Jayden, ist Janine im knappen Ausgekleidchen zu sehen, kürzlich veröffentlicht die Alleinerziehende sogar Videos ihrer gekonnten Tanzi-Moves. Harz und herzlich, fake Wimpern statt Jogginghose, so aufgebrezelt zeigt sich Janine auf Instagram. Die langjährigen, Harz und herzlich, Fans haben Janine bereits in einigen intimen Momenten begleiten dürfen, das Drama um ihre Schwangerschaft und die anschließenden Fragen rund um die Vaterschaft Sternchen miterlebt. Sonst bekommen Janines Fans die Zweifachmama eher ungeschminkt und in Alltagskleidung zu sehen, anders ist es auf ihrem Social-Media-Profil. In ihrem neuesten Instagram-Beitrag posiert Janine mit ausgestreckter Zunge und einem Getränk in der Hand in einem Mannheimer Club. Unter diesem Instagram-Post finden sich viele Kommentare mit Flammen-Emojis und lieben Anmerkungen der Fans, gut siehst du aus. Viel Spaß beim Feiern! Nicht nur die, Harz und herzlich, Fans finden die junge Mutter bezaubernd auf dem Foto, auch Schwester Chantal kommentiert, die geilste Schwester hab halt nun mal ich. Harz und herzlich, Janine veröffentlicht Make-up-Tutorials und Tanzclips. Nicht nur die Bilder der jungen Mutter finden Anklang bei ihren Followern, auch ihre Tanzclips sind mit über 10.000 Aufrufen häufig besucht. In den Kommentaren schreibt eine Userin begeistert, richtig cool gemacht. Ob Janine auf der Tanzfläche im Club genauso gekonnt ihre Hüften geschwungen hat? Ihre Follower scheinen sich sicher zu sein und finden, dass ihre Tanzi-Moves aussehen, wie bei echte NMTV-Stars. Neben den Tanzclips postet zweifach Mama Janine auch ein aufwendiges Make-up-Tutorial. Übrigens, auch dieses Video kommt bei den Fans gut an, die Zwillings-Mama kann sich über knapp 15.000 Aufrufe freuen. Ihre Follower schreiben zudem, dass Janine sich doch überlegen solle, eine Ausbildung als Visagistin zu beginnen, da sie Talent habe. Eine Userin meint sogar, wow du könntest das b-erruflich machen, geil, das sieht so einfach aus bei dir. Vielleicht wird Janine den Vorschlägen der Fans nachgehen, aber vorerst ist sie mit der Betreuung ihrer Kinder Jayling und Jayden beschäftigt. In der aktuellen Folge von, Harz und herzlich, Tag für Tag, Benzbaracken, ist die junge Mutter von dem Spielzeugchaos ihrer Kinder umgeben. Janine möchte für ihre Zwillinge nur das Beste. Doch die Alleinerziehende kommt im Alltag auch einmal an ihre Grenzen Sternchen, S.I.K. Sternchen Mannheim 24 ist ein Angebot von Ippen, Media. Untertitelung des ZDF, 2020